Hallihallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Battlefield 5 mit mir, den Lanted. Und wir sind natürlich gleich noch nach der nächsten Runde im Spiel. Und wir werden mal das G43 verwenden, holen uns hier noch ein schönes Visier. Und zwar das Zweiervisier, würde ich sagen. Oder hier, was haben wir hier? Dreiervisier. Verwend mal das mal. Wir springen mal raus. Wir sind nicht bei den Deutschen, okay. Und haben auch nicht unser G43. Wow. Schade. Gut, dann sind wir mal auf der Alliierten-Seite. Und dann habe ich es doch ganz, ganz gut gesehen, dass wir nicht bei den Deutschen sind, aufgrund dieses Plattentellers. So, da hinten haben wir nochmal das Battlefield-Theme. Und hier geht es zur Chassé-Garde. Schick. Wie viele Feinde sind denn hier noch? Wir nehmen mal den Hintereingang. Der Hintereingang. Einen haben wir getötet. Warum können wir noch keine Leute markieren? Habe ich da was falsch gemacht von den Steuerungen? Oder muss ich noch was ändern? Oder wie? Oder was? Und den haben wir fast ganz geholt. Das erfreut mich auf jeden Fall. Kriegen wir noch Hilfe? Eventuell. Hier haben wir noch einen Medic. Ne, das wird nichts. Die sind klar in der Überhand. Wir greifen mit vereinten Kräften Echo an. Jetzt können wir doch wieder rein. Ach so. Alles klar. Was haben wir denn hier von Panzer? Britisch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und warum könnt ihr nicht näher fahren? So, Echo. Die Molkerei. Warum sollte man eine Molkerei angreifen? Um ehrlich zu sein. Flugzeuge. Ein Panzer. Oh, Tiger zerstört. Haha. Auf zur Molkerei. Erste Hilfe gibt es auch für uns. Hier hinten ist noch jemand. Wunderschön. Killhilfe. Hier haben wir uns noch ein feindliches Medikit geholt und von links schießt jemand. Jawohl. Hilfe zählt als Kill. Schnell mehr runter. Wir heilen uns. Oh, 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 oh. Okay. Jawohl. Eine Medic beim Medics sein geholt. Oh, habt ihr das gesehen? Gott, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Scheiße. Wunderschön. Den hätten wir geholt. Und damit sollte das der Angriff oder die Verteidigung von Golf gewesen sein. Schön. Auf meinen Kettengrad. Jawohl. Haha. Und jetzt zur Molkerei. Schön. Schön, schön. So, können wir die Bomber markieren? Nee, können wir nicht. Schade. Oh, schaut sie euch an. Die sind riesig. Okay, raus, raus, raus. Und ab zu dieser Mauer hier hinten. Ja, das wird leider nichts. Jawohl. Niederhaltungshilfe. Und die Churchills rücken aus. Jawohl. So, willkommen in der Molkerei. Ich würde gerne ein bisschen Käse kaufen. So, hier über den Schutt und ab in den Krater, würde ich sagen. Oh, yeah. So, in der Luft habe ich, glaube ich, was gehört. Nee, das sind... Nee. Negativ. Alles klar. Was kann ich denn noch schönes begutachten? Vielleicht dieses zerstörte Auto. Boah. Das war eine Spitfire, glaube ich. Okay, uns gehört... Echo. Dann müssen wir zur Delta und hier erst mal verteidigen. Denn hier werden eine Menge Leute kommen. Ein bisschen Niederhaltung. Kriegen wir noch Munition? Ich brauche Munition. Ich hoffe doch. Jawohl, wir kriegen Munition. Dankeschön, mein Guter. So, Munition. Jawohl. Dann beleben wir ihn noch wieder. Los, du schaffst das. Auf mit dir. Jawohl. Und da ist der Doppelkill. Und da ist noch mal ein Doppelkill. Die Trotzburg hält die Deutschen fast stand. Schade. Wunderschön, wunderschön. Irgendwas Großes schießt hier. Ich glaube, das ist ein Tiger. Oh, eine Stuka. Oh, yeah. Wunderschön. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Interessant, interessant. Wir sind wieder in unserer Fort. Und shit, da kommt was Großes. Jawohl. Oh, das ist eine V1. Oh. Heilige Scheiße. Das war eine V1, meine Freunde. Die Deutschen haben uns besiegt. Gut, und mit dieser Folge auf der britischen Schrägstrich alliierten Seite würde ich dann auch schon die zweite Folge wenden. Wenn nicht das Video gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen hoch freuen mit diesen Worten. Bis zum nächsten Mal. Euer Soldat Lantit. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020